Für diese kalten, nassen und stürmischen Tage ist Tiefviktor verantwortlich. Es pfeift die Luft aus östlicher Richtung zu uns. Allerdings ändert sich diese Wetterlage jetzt. Mit einer südlichen Strömung kommt ab morgen deutlich wärmere Luft zu uns hereingeströmt. Dann steigen die Temperaturen wieder an. Die Sonne kommt wieder zum Vorschein und der Dauerregen hat auch ein Ende. Jetzt in der Nacht ist es noch bedeckt. Es gibt noch länger anhaltenden Regen bis etwa Mitternacht. Danach lässt der Regen langsam nach, geht in Sprühregen über. Und was sich damit auch ändert, ist der Wind. Der lässt nämlich spürbar nach. Ab Mitternacht ist nicht mehr so viel Wind zu merken in Hamburg wie jetzt. Die Temperaturen heute Abend bei 7 Grad, morgen früh schon bei 8 Grad. Und dann dreht der Wind auf südliche Richtung. Mit ihm kommt die wärmere Luft. Die Tagestemperatur morgen bei 13 Grad. Und der Sprühregen hat dann am frühen Nachmittag auch ein Ende. Danach bleibt es trocken und sogar die Sonne lässt sich noch mal ganz kurz blicken, bevor sie untergeht. Ein freundlicher Ausgang des Tages. Die Temperaturen am Sonntag bei 14 Grad. Es ist meistens freundlich und auch meistens trocken. Regenschauer sind nur sehr selten und wenn auch nur sehr kurz und sehr klein. Die Temperaturen am Montag wenig verändert. Milde 15 Grad. Dazu gibt es Sonnenschein und ein paar Wolken im Wechsel. Die nächsten Regenschauer dann erst am Dienstag bei Temperaturen, die sich noch wenig ändern. Und dann könnte es einen weiteren Dauerregentag geben. Aber den schauen wir uns noch nicht so genau an. Der Mittwoch wird nass. Bis zum nächsten Mal. Vettemperatur. Vielen Dank.